Jetzt bloß nicht falsch abbiegen, könnte man dem Markt zurufen, einfach tapfer weiterlaufen und zwar idealerweise auf dem Weg nach oben. Ihr seht hier in blau nochmal ungefähr das, worüber wir in den letzten Tagen häufiger gesprochen hatten, hier beim DAX, die Zielmarke irgendwo oberhalb der 800, ich glaube 803 oder 806 oder sowas war es genau. Also diese Marke hier oben, die ist quasi die 1 zu 1 Projektion des ersten Teils hier vorne in Aufwärtsbewegung, das nochmal hinten dran. Wir sind ja schon ein gutes Stück nach oben unterwegs, insofern ganz gut, aber im Moment dreht der Kurs ein bisschen nach unten und jetzt wird es spannend, denn wenn wir uns das unter der Lupe, also das, was wir hier sehen, ein bisschen genauer angucken, hier im 5-Minuten-Chart, dann könnte man den Eindruck haben, ist das nicht dieses, fasst man immer 5-wellig, dann 3-wellig nach oben, jetzt können wir mal gucken, ist das Ausmaß denn groß genug hier für diese Aufwärtsbewegung? Theoretisch schon, also wir sind hoch genug gelaufen in dieser Aufwärtsbewegung, es ist auch korrektiv, also wir hätten eigentlich beste Voraussetzung, dass, wenn das letzte Zwischentief, das liegt hier, durchstoßen wird, anschließend das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal kommt und dann seht ihr, das sind dann so Zielmarken, die irgendwo hier liegen im Bereich der, was ist es, 585, irgendwie sowas natürlich, 15.585 hier im 5-Minuten-Chart. Vielleicht ist das, bis ihr das Video seht, schon längst abgefrühstückt, allerdings darf man auch nicht sagen, dass das so richtig gefährlich ist, denn klar, wenn wir so eine Bewegung haben, das ist erstmal die falsche Richtung, denn wir würden ja aufwärts erwarten, allerdings müssen wir ja regelmäßig damit rechnen, dass auch innerhalb einer Aufwärtsbewegung zwischendurch mal Rücksetzer sind und wenn dann der Kurs hier vielleicht aktuell gerade mal so einen Rücksetzer hier irgendwie probt, das wäre ja auch in dem Gesamtbild noch gar nicht schlimm. Also ihr seht schon, im 5-Minuten-Chart sehe ich zumindest mal eine Chance, das ist vielleicht für euch jetzt eher nachträglich relevant, denn ich kann mir vorstellen, bis ihr das Video seht, ist das hier schon durchgeschichtlich, aber zumindest mal eine Orientierung, das sind so klassische Bewegungen, die wir hier haben, zack, 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 dann A, B, C in die Richtung, nochmal die Fortsetzung in ähnlichem Ausmaß, das, was ich hier gezeichnet habe, ist quasi das spiegelbildliche und im 5-Minuten-Chart angeordnete, was wir hier im 4-Stunden-Chart haben, nämlich Schub nach oben, Wackelig nach unten und die Erwartungshaltung nach oben. Es ist also nicht sicher, dass das hier unten erreicht wird, aber wir haben es ja hier gesehen, die Chance, dass wir zumindest mal deutlich in diese Zielrichtung laufen, ist relativ groß. Also solche Nachrichten oder solche Situationen kann man auch nachmittags wunderbar mal umsetzen, wenn man hier im kurzfristigen Chart unterwegs ist oder eben als Orientierungshilfe etwas übergeordneter, je nachdem auf welcher Zeitebene ihr euch am liebsten tummelt. Wenn ihr jetzt sagt, naja, so kurzfristig will ich ja gar nicht, dann habt ihr aber zumindest mal eine Orientierung. Wenn wir hier jetzt so eine Art Korrektur kriegen, die in etwa so aussieht, damit könnte man ja durchaus rechnen und wenn ich die jetzt mal magisch hier rüber kopiere, dann sehen wir, naja, das macht das Bild nicht kaputt. Im Gegenteil, es wäre ja eigentlich nichts anderes, als hier wieder so eine Korrektur in der Aufwärtsbewegung, die Möglichkeit besteht. Also noch ist das kein Grund hierfür Sorge, ist noch kein Grund, dass der Markt massiv jetzt einbrechen muss. Allerdings zu groß sollte dieser Rücksetzer nicht sein. Damit ihr das ein bisschen orientieren könnt, wie groß das denn klassischerweise ganz gerne ist, könnt ihr doch mal als Vergleich diesen Rücksetzer nehmen, denn wir rechnen ja damit, dass wir sowas in der Art bekommen und wenn er so ungefähr bis hierhin, bis 500 sogar, 508 oder von mir aus noch knapp drunter, also 15.500 geht, wäre ja noch alles ungefähr so groß wie dieses hier und damit noch völlig harmlos und genauso wichtig, dann wäre dieser Rücksetzer, wenn er dann da tatsächlich abprallt, ja auch noch überschneidungsfrei mit diesem Rücksetzer. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich mag es immer möglichst wenig mit Überschneidung, denn das zeigt mir, dass das eine starke Richtung ist und würde mir weiter andeuten, dass wir bullisch unterwegs sind. Also wir haben damit schon mal ein paar interessante Marken. Idealerweise sollte der Markt dieses Hoch nicht mehr durchstoßen, das heißt auf dem Future-Kurs, ihr müsst das gegebenenfalls, wenn ihr andere Kontrakte euch anguckt, übertragen. Auf dem Future-Kurs würden wir aus aktueller Sicht jetzt ungerne sehen, dass 15.417 in etwa hier durchstoßen wird. Dann kämen wir hier in eine Überschneidung. Dann würde ich mir die Frage stellen, seid ihr wirklich so begeistert von der longen Seite? Also das wäre so ein erster Test, den man machen kann. Auf der anderen Seite die grüne Marke als Orientierung. Naja, bis dahin runter wäre ja noch alles okay. Wenn er dann weiter nach oben dreht, ist es in Ordnung. Und ansonsten gegebenenfalls auch über Gewinnmitnahmen nachdenken. Eine einfache Form, die wir regelmäßig nutzen. Einige von euch haben es noch in Erinnerung, dass wir darüber gesprochen haben. Zumindest im Board for Trading hatten wir es ein bisschen ausführlicher. Das sind diese Nachzieh-Stops zum Beispiel mit dem Parabolic. Die sind nicht immer super intelligent. Denn der arme Kerl mit den roten Punkten weiß gar nicht, wo Fibonacci-Linien hier liegen. Aber die sind halt möglichst simpel. Und ihr seht, dass ihr immer dann, wenn ihr einen starken Trend habt, und wir wollen ja einen Trend handeln, das war ja die Aufgabe dieser Übung, immer wenn wir starke Trends haben, sind die einigermaßen gut geeignet für einen Nachzieh-Stopp. Nicht immer, um am höchsten Punkt rauszugehen, aber um ein gutes Stück dieser Bewegung eben mitzunehmen. Wo sie nicht gut funktionieren, klar, das sind die Seitwärtskorrekturen oder diese Art der Korrekturen. Da fliegt man dauernd raus, ohne dass man großartig was gewonnen hat. Das ist der Grund, warum ich Korrektivmuster nicht mal versuche zu handeln, sondern ich immer erpicht bin, nach den Korrekturen die vermeintlich vermutete starke Richtung eben wieder zu handeln. Also insofern, das kleine Intermezzo, was wir hier haben, ist noch längst jetzt kein Anzeichen dafür, Gott, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen, sondern das könnte durchaus eine klassische, eine normale Bewegung in der Aufwärtsbewegung sein. Zielmarke, die erste Zielmarke ist weiterhin oberhalb der 800. Davon gehe ich vorläufig weiterhin erstmal aus. Rücksetzer bis 500, 08, bitte jetzt nicht millimetergenau, das zeigt er zwar millimetergenau an, aber der Markt, das ist kein chirurgisches Uhrwerk hier sozusagen oder eine Uhrmachermeisterleistung. Da ist auch mal ein bisschen Abweichung, aber es ist eine Orientierungshilfe. Ja, in dieser Größenordnung kann man eigentlich ganz gut damit bedient sein. Und ob man dann jetzt enger nachzieht, damit man das nicht mehr aussitzen muss, alles gut, den können wir wegmachen. Einstieg für die Idee war ja quasi dieses Zwischenhoch, so wie wir es immer machen mit den Zwischenhochs jetzt hier, zumindest mal nach dieser Lesart hier, dieser Zwischenhochmarken. Das ist ja das klassische Schub in die eine Richtung, Korrektiv in die andere, quasi das Pandor zu dieser Idee, die wir hier haben, auf der Seite. So, damit sind wir beim DAX einigermaßen aufgeräumt. Weiterhin realistische Chancen, dass es weiter nach oben geht. Nur wenn er diese Marken hier durchstößt, das hier wäre so ein erster Lackmustest, spätestens das Zwischenhoch hier vom 28. Mai vormittags hier, das ich eben angesprochen habe, dann würde ich sagen, das sieht nicht mehr so aus nach einer richtig guten Geschichte. Spätestens dann würde ich sagen, na gut, lass mal überlegen, ob das nicht doch irgendwie was anderes ist und der Kurs nicht nochmal nach unten kommt. Ich halte es im Moment nicht für das vorzügliche Bild, aber natürlich für ein mögliches. Aber dafür sind ja Stops da, um gegebenenfalls bei den dooferen, aber eben möglicheren Szenarien dann zu sagen, ja, geh mal draus aus der Geschichte. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Das grobe Bild ist ja hier das gleiche, hier vorne das, ein bisschen stark runtergekommen, allerdings noch oberhalb der 78.6er, ihr erinnert euch. Also entsprechend hier auch weiterhin, ich habe es nicht ganz so genau gezeichnet, die gelbe Marke ist genau, die liegt bei 282 auf dem Future jetzt hier gerechnet. Wäre das eben ein realistisches Ziel dieser Bewegung, ob das wirklich erreicht wird, sehen wir dann mal. Auch hier gilt, ihr seht, dass wir hier gerade runterkommen, so ein bisschen als Lackmustest. Lass den mal idealerweise nicht größer korrigieren als das und idealerweise auch schon erst nicht hier unterschreiten. Also da sind wir einigermaßen auf die 800er Marke fixiert. Die grüne, falls ihr es nicht lesen könnt, liegt bei 825 Punkten im Juni-Kontrakt. Ansonsten die Orientierung auch hier 28. März vormittags oder 8 Uhr, das Zwischenhoch hier, was wir hatten, wäre eigentlich idealerweise etwas, was ich nicht mehr durchstoßen sehen will. Also insofern die aktuelle Abwärtsbewegung noch kein Drama. Auch hier ist es ja realistisch noch möglich, dass wir vielleicht irgendwie sowas bekommen. Trigger wären hier auf der Abwärtsseite nochmal, wenn er hier jetzt wirklich korrektiv mehrfach hoch und runter oder zumindest mal ABC. Hier hoch macht, dann wäre das Zwischentief ein möglicher Short-Trigger. Zielmarke analog, was wir eben hatten, die Seite da unten nochmal. So könnt ihr das ungefähr abschätzen. Damit wären wir immer noch safe oberhalb, so wie ich es jetzt gezeichnet habe. Wobei das ist ja nicht zwingend so, weil ich weiß ja noch nicht, wo das Ding hier ist. Aber unterstellen wir mal jetzt ungefähr so ein Bewegungsapparat hier, dann wäre die Zielmarke ungefähr bei 32.880. Bitte, bitte aber das selber nochmal verifizieren. Denn solange ich diesen Punkt nicht habe, ist das hier absolut geraten. Das ist jetzt nur deshalb eingezeichnet, um euch zu zeigen, wie ich, wenn dann das tatsächlich passiert ist, ich meine Messung mache, wo gehen wir denn da hin. Also, dass ihr da eine Idee habt, in welcher Größenordnung das ist. Diese Idee wäre absolut noch verträglich mit dieser. Denn diese Tiefmarke, ich habe es gerade gesagt, so wie ich es jetzt gezeichnet habe, 880 etwa. Das hier ist 825, die grüne Marke, sind wir also noch absolut clear of conflict, wie man so schön sagt. Das wäre also noch alles in Ordnung. Vielleicht wäre es noch ganz schick, wenn wir auch oberhalb dieses Rücksetzers noch bleiben. Also ein bisschen höher, mal sehen. Aber das wäre jetzt zumindest mal so mein Test, wo ich sage, nee, komm, lass gut sein. Aber selbst dann, seht ihr, hat man noch eine gewisse Chance, hier einen Gewinn da rauszunehmen, wenn ihr solche Einstiege hier verwendet zwischen Hochs, wie ich das ja häufig immer erwähne, dann ist das immer noch clear. Und wenn ihr jetzt sehr eng seid und seid, das will ich nicht aussitzen, ich will möglichst viel da mitnehmen, entweder er steigt jetzt wieder oder ich bin halt raus aus dem Deal. Absolut auch nachvollziehbar. Dann wäre der Stopp jetzt hier schon ein bisschen oberhalb dieser Marke, noch immer noch in Ordnung. Also 400, nee, was ist das, 846 jetzt hier. Also noch wäre das in Ordnung. Also das wäre noch ein Szenario. Muss es denn noch mal runterkommen? Nee, Profis unter euch würden sagen, Mensch, Rüdiger, könnte das nicht auch hier Teil einer Seitwärtskorrektur sein? Ja, das wäre denkbar. Und weil das möglich ist, ist auch vorstellbar, dass er direkt weiter nach oben geht. Also ich bin noch überhaupt nicht für die Shortseite. Für die Shortseite wäre ich erst, wenn er das, das und das macht. Den ersten Teil hat er gemacht, der fehlt noch. Den nächsten brauchen wir noch, damit wir auch dieses Zwischentief haben. Dann wäre ich für die Shortseite noch mal zu begeistern. Wenn er jetzt das macht, vielleicht als nächstes mal Pause macht, okay, kann ja sein, und dann weiter hoch geht, dann bin ich mit der Shortseite ja sowieso nicht dabei, sondern kann weiterhin die Longseite reiten oder eben sogar, wenn ihr wollt, im Intraday-Handel noch mal einen kleinen Short mit aufbauen. Denn Schubkorrektur zwischenhoch, es ist immer wieder das Gleiche, ob ihr das hier im 4-Stunden-Chart nehmt. Was hatten wir hier? Jetzt habe ich das falsch eingezeichnet. Ich wollte eigentlich den Schub, dann hier dieses wackelige Abwärtsszenario. Das ist genau das Gleiche, was ich hier vielleicht im 5-Minuten-Chart noch bekomme. Also ihr seht, hier habt ihr die Mustervorlage. Guckt ihr euch im 4-Stunden- oder Stunden-Chart an und könnt dann euch überlegen, ob ihr ein ähnliches Verhaltensmuster hier seht und natürlich dann ähnlich agieren. Also noch nach wie vor alles erstmal in Ordnung. Die eventuelle noch vorläufige Rücksetzerbewegung ist überhaupt kein Killer für die Bullenseite. Erst wenn wir diese Marken durchstoßen, würde ich dann sagen, nicht mehr so schön. Was soll das? Was ist jetzt der Plan? Da würde ich dann spätestens sagen, lass mal gut sein. Das muss nicht unbedingt sein. Aber solange wir eben oberhalb der Marken bleiben, ist das alles noch ganz okay. Symmetrisch sind wir beim S&P eigentlich ganz gut auch schon gelandet. Messen wir es doch nochmal schnell nach. Also wenn ich mal gucke, diesen ersten Anstieg und das jetzt hier hin lege, also projiziere. Also das, das war die Pause. Seht ihr das noch? Schub hoch, Pause. Haben wir da das 1-zu-1-Ziel schon erreicht. Über die blauen Linien muss ich, glaube ich, nicht nochmal großartig reden. Für die, die es bisher ganz verpasst haben. Dieser Anstieg macht mir einen erheblichen Eindruck einer Korrektivbewegung. Ich halte es für sehr verdächtig, dass der Kurs vielleicht sogar diese Richtung geht. Das muss nicht passieren. Aber nehmen wir mal in diesem Umfeld kommen blöde Nachrichten. Während viele Markthilnehmer, die hier gesagt haben, da haben wir uns schon so hoch gemüht, wie eine alte Oma im Treppenhaus, nichts gegen alte Omas. Aber wenn der Fahrstuhl eben kaputt ist, dann ist schnell die Bereitschaft da. Dann geht es halt wieder nach unten. Also insofern, beim S&P muss ich sagen, bin ich nicht wirklich glücklich mit der Aufwärtsbewegung. In der kleinen Variante ja, haben wir ja häufig darüber gesprochen die letzten Tage. Im Großen finde ich es gefährlich. Das ist keine zwingende Ankündigung, dass das kommt. Aber ich habe den großen Verdacht, dass wenn irgendwelche Markthilnehmer hier oben pampelmuselig werden, das ganz schnell auch in die andere Richtung eben wieder gehen kann. Davon gehe ich zumindest mal aktuell aus. Kein Versprechen, aber rechnet damit. Bitte seid da nicht so. Siehst du, kann gar nicht schief gehen. Ist da Strom drauf? Nein, die letzten Worte eines Elektrikers. Kann gar nicht schief gehen, die letzten Worte eines Traders. Also seid da vorsichtig mit solchen Aussagen. Es ist absolut realistisch möglich, aber natürlich noch nicht gegeben, dass das passiert. Erste Anzeichen könntet ihr hier bekommen. Wenn der Kurs durchschießt, umso besser. Einfach drinbleiben, stoppt irgendwie hinterherziehen oder auch enger hinterherziehen, wenn ihr wollt, Stundenbasis. Solange ihr korrektive Abwärtsbewegungen bekommt, müsst ihr auch noch nicht in Rage geraten. Dann haben wir auch noch Potenzial nach oben. Nur wenn er anfängt, starke Abwärtsbewegungen und ganz gefährlich wackelige Aufwärtsbewegungen als nächstes zu bringen, dann würde ich sagen, uh, das ist die falsche Richtung. Er hat gedreht gedanklich. Und dann nehmt ihr noch mit, was ihr noch kriegt, falls ihr nicht dann eure Position da irgendwo da oben durch irgendeinen anderen Mechanismus schon gestoppt habt. Das ist grundsätzlich beim Nasdaq ebenso. Der ist auch immer noch bullisch. Wir hatten über diese Bullenflagge hier gesprochen. Das ist quasi das Umgekehrte im Muster. Das ist also eine relativ starke Bewegung. Die ist nun mal relativ korrektiv klassisch. Und deshalb eine Fortsetzung nach oben ist klar. Für mich allerdings nicht so 100% klar, wie weit die jetzt noch geht. Manchmal wird sagen, naja, ist doch logisch. Das muss jetzt nochmal so von der Symmetrie das und das. Aber das ist nicht die erste Aufwärtsbewegung. Woran erkenne ich das? Wenn ihr da keine Ahnung habt, macht ihr folgenden Test. Wenn ihr sagt, das war doch jetzt eine tolle Aufwärtsbewegung. Das ist doch das Maß aller Dinge. Mensch, Rüdiger, kann ich nicht das Ding hier einfach nochmal nach oben verlängern? Also sprich davon ausgehen, na, jetzt müsste ich es noch verschieben können, dass das da oben nochmal passiert, egal wohin das jetzt da oben führt. Die grundsätzliche Idee finde ich gut. Die passiert auch sehr häufig. Aber insbesondere dann, wenn das die erste Welle ist. So, jetzt der Vergleich, ist das die erste Welle? Mich interessiert also das Ding und jetzt habe ich die folgende Möglichkeit. Ich mache einfach vom Tiefpunkt eine Messung rüber. Ich mache vom Hochpunkt eine Messung rüber. Das könnt ihr auch mit dem Fadenkreuz machen. Ich mache das jetzt nur, damit ihr das besser sehen könnt. So, und jetzt laufe ich rückwärts vom Startpunkt und gucke, wo durchschneidet er. Hier durchschneidet er. Das heißt, die Bewegung kam von unten. Das heißt, das ist wohl nicht die erste Welle. Und damit kann ich nicht sagen, naja, das ist die erste. Nach der Pause kommt die dritte in gleicher Länge. Das kann durchaus noch lang werden. Aber dafür gibt es statistisch nicht so klare Aussagen, wie lang die noch wird. Die ist manchmal sehr lang. Aber typischerweise ist die eben nicht mehr so lang. Und ich wäre hier vorsichtig mit der Annahme, dass es automatisch so lang geht. Es kann passieren, aber geht hier nicht zwingend aus davon. Jetzt machen wir nochmal den Vergleich beim DAX. War das denn eine erste Bewegungswelle? Ja, weil der Kurs kam eindeutig von oben. Damit ist das die erste. Und damit wäre das dann quasi die dritte, die typischerweise in die Nähe meistens das erreicht. Häufig sogar drüber geht, aber mindestens in die Nähe dieser Marke eben läuft. Also ihr seht den Unterschied. Noch bin ich auch beim Nasdaq positiv gestimmt. Es gibt auch keinen Grund, da jetzt davon auszugehen, dass es jetzt alles kaputt geht. Meine Idee, die ich hier eben gerade eingezeichnet habe, scheint auch im Moment gar nicht akut zu sein. Ist ja umso schöner. Können wir das hier schon mal wegmachen? Und wenn der Kurs noch drüber steigt, auch gut. Dann rutscht diese grüne Linie ja eh immer weiter nach oben. Kann ja sein, dass das später noch passiert. Das dann eben, nee, Rüdiger, noch nicht jetzt. Das macht er später erst. Alles gut. Aber da habt ihr so eine Größenordnung. Die Größe da, die ist unempfindlich für den Bullenmarkt sowieso. So, ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen Spaß habt. Ein bisschen Anregung, wie wir auf die Märkte gucken. Wie ihr vielleicht, wenn ihr das eine oder andere, was ich in der letzten Zeit hier zugesagt habe, vielleicht umgesetzt habt. Wenn ihr Lust auf mehr habt, guckt euch diese Videos weiter an und seid natürlich mit dabei bei Born for Trading beispielsweise oder mit einzelnen Auswahlen dann im Trade des Tages. Da kriegt ihr immer einzelne Trades mal vorgestellt, die wir im Born for Trading auch haben. So könnt ihr mal ein bisschen reinschmecken. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Das war's Gute.